Freunde, es ist wieder soweit. Heute spielen wir wieder Fortnite und mit einer kleinen Challenge, denn wir versuchen in einer Stunde den bestmöglichen Rank zu kriegen in Ranked. Mit dabei sind Sam und Gon. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir, ähm, ja, sozusagen Road to Unreal. Mit dabei ist Gon und Sam. Road to Unreal, aber in einer Stunde. Also wir versuchen Unreal zu werden. Und, ja. Sam, bist du noch da? Ja, Gon, ähm, hat jetzt schon seit ein, zwei Monaten nicht mehr gespielt, ist aber immer noch, ähm, besser als Morin Graal, gefühlt. Ich bin mit dem Mini. Na, was? Ich bin mit dem Mini. Okay. Nice, da ist der Erste schon mal dead. Ähm, sollen wir die ganze Zeit Gegner pushen gehen? Ja, natürlich. 24er. Dead. Dead. Da ist noch einer. Sam, bist du noch da? Kannst du ein bisschen lauter reden? Warte, ist mein Mikro so leise? Mhm. Hallo, hallo? Ja, so ist gut. Okay, okay. On me direkt? Mhm, guck mal. Gongerazz. Doug... Dead. 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 Wow, wie viele kills haben wir jetzt schon? Wir sind mit 10er Bomb. Crazy. On me ein ganzes Team. Dead? Höhe, haben die geteamt? Achso, wir spielen ja Teams. Ja, da geh ich direkt rein. Oh, mein Minus. So, wir sind wieder back. Jetzt? Boah, ich sag euch, wir machen direkt in der ersten Runde direkt, ähm, gut plus. Richtig. So haben wir noch tiltet, rotieren. Da sind halt... Könnt ihr machen, ich schreib die da hinten eben alleine. Ja, okay, komm, Sam. Wo sind die? Na, hier. Aber mir ist auch jemand... Sogar direkt zwei. Oh, nee. Der war ein Camper. Der war ein Camper. Oh, hier sind viele Camper. Ja. Hier liegt eine goldene Waffe, ne? Äh, eine goldene Hammer. Okay. Na, komm. zum... ...30er. ...gedät? Wo ist die goldene? Was? Wo ist die goldene Hammer? Die hat der Typ wieder. Okay. Da hinten. Der ist komplett korrekt. Ich glaube, es ist sogar schlau, wenn wir uns aufteilen, denn wir machen gerade absurd viele Kills. Ich hab 16. Ja, hier liegt die. Da liegt auch noch eine Lilian, ist klar. Da ist auch noch ein Lama. Oh. Okay, come on. Okay, come on. Du willst hier auch gerade entscheiden. Dann hast du schon gesagt. Einmal kaputt. Einer low. Nice. 32 kills, sehr gut. Das sind ranked. Ich impuls, ne? Bro, doch nicht so hoch. Was ist mit dir falsch? Na, bin ich fast gestorben wegen dir. Oha, was war das? High ground rejects, oder was? Ja, ich muss, ja, ich hab genug. Entschuldigung. Und mir wieder. Ist wieder zur Hälfte hin tiltet. Find ich dummer. Da ist noch einer, glaube ich, ja. Oh, ne, oh, ne. Oh, ne, ich hab ein HP. Oh, ne, ich hab ein HP. Wird zu Lidern ein Sidebobben? Ja. It takes us back, ja. Boah, wir haben jetzt schon eine 37er Baum. Wir haben mehr als die Hälfte der Lobby gekillt. Oha. Sam ist gar nicht überrascht und sagt einfach nur Oha. Ne, weil er eine goldene Scar getroppt hat. Oha, hier liegen überall Metz. Links von uns. One shot. Direkt pushen. Immer finishen. Ist er bei dir? Nice. Wir sagen so, also wir haben so um 21 Uhr aufgenommen. Nice. Epische Sieg. Ähm. Ja, so, so 22 Uhr nach. Wir wissen, wie viel kürzlich gemacht hab. Sag mal. 46 haben wir insgesamt. Hä? Und ich bin Silber 3. Ich bin Platin 1. Äh, ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nein, zehn, elf, zwölf. Das hört ja gar nicht auf mit der Liste. Seht ihr die Liste? Ja, ich hab um die 30, vier, ne, um die 30 Kills gemacht. Ja, 30 Kills hab ich gemacht. Neun kill? Tja. Crazy. Ja, okay. Direkt nirgendwo. Okay. Ja, geht einfach rein, Sam. Kill den. Perfekt und jetzt einfach da nach oben. Einfach direkt im Boden. Okay. Auf dem Baum glaube ich. Ja. Muss ich pleasant helfen kommen oder kann ich alleine falten? Ähm, ich glaub du kannst dann auch alleine. Weiß ich jetzt nicht, also ihr Rebelli ist nur einmal gestorben. Boah, wird man hier gesnide. Hauptsache ich überlebe noch die paar Sekunden. Ja, okay, ich komm mal plassend eben aufräumen. Okay. Oh mein Gott. Ja, ich glaub das ist eine gute Idee, dass ich gekommen bin. Ja, ja, die sind richtig viele und die kannst du alle killen. Geil. Das mag ich doch. Oh mein Gott, ich stehe alle auf einer Fleck. Alle auf einen Fleck. Ja. That's. Sam will ich auch wieder. Ist er noch da? That's, ich hab alle drei. Boah, ich will, ey, ich krieg die ganze Zeit Einladungen. Der hat die ganze Zeit eingeladen. Lass mal Sam schnell holen. Sam nimmt Crown. Na ja, geh mal weg! Ich muss diese schöne Waffe hier haben. Ich hol die hier. Die P90 kannst du auch, wenn du willst. Welche? P90? Ja, Sam. Ich hab die markiert. Sam, bist du noch da? Ja, bin noch da. Da empfehlt er, dass er mich angeschossen hat. Ah, da hinten wieder. Jetzt könnten wir zu Tilted rotieren. Oder? Ja? Ja, würde ich auch sagen. Das ist ein Opfer. Der Acker bist du. Ich hab nichts zum Rotaten, ne? Na ja. Na ja, ich würde sagen. Ich brauche gleich wieder eine normale Kasse. Boah, hier sind... Hier sind zwei. Boah, hier sind Gegner. Ah, mag ich. Die hauen direkt ab. Ah, einen hab ich tot. Boah, ich brauche was zu repaten. Boah, ich brauche was zu repaten. Mal sehen. Okay. Ah, da unten. Na ja, ich weiß. Na, die fighte ich gerade. Und da auf dem Berg sind auch welche. Fight die mal. Da oben. Auf dem Berg? Ja. Okay. Oh mein Gott. Soll ich auch kommen? Ich hab mal nix zu... Jetzt hab ich was zu rotaten. Set. Danke. Ich hab genau 60 HP. Jetzt hab ich tatsächlich... Ja, mach doch nicht alles auf hier, Junge! Ich hab zugemacht. Na, du hast... Oh, hier guck. Mach das mal zu. Ich bin nicht tot. Ja, hier. Du warst willst. Bist kacke. Oh. Na, was hat der hier für eine Pump? Ich brauche mal seine Bänden. Irgendwie mal komische Pump. Markier mal. Da hinten. Achso, ja, wegen Halloween Update. Da hinten ist noch jemand. Und hier sind Steps. Das heißt... Warte, ich hab ne Idee. Ja, an mir, an mir. An mir. Einer. Gute ihn. Er geht weg. Ja, ich wurde gesnipet. Ey, ich hab gesagt, pötet die Maufenberg, Junge! Na, was steht die daran nicht? Ich werd die ganze Zeit von wegen gesnipet. Ich hab ein AP. Direkt, dass sie landen. Bin ich fast tot wegen euch. Ich werd mich eingeladen. Oh, nee. Das sind zwei. Das ist wieder ein ganzer Haufen. Ja. Jetzt kann ich die auch falten. Aber jetzt hab ich auch mal full green. Jetzt sind die Gegner auch mal besser. Wir machen jetzt mehr Spaß. Das ist immer noch kacke, so wie ich sehe. Ich hab mich noch wollen mit ihm. Ich hol dich. Als ob du gesnipet wurdest. Na, ich war überhaupt da. Oh, hier sind Fights. Zu tot. Boah, hier ist richtig viel los. Ist doch auch tot. Sind alle tot hier. Passt. Hier im goldenen P90, ne? Einer ist hier noch. An mir, an mir, an mir. Wo denn? Hier in der Box. Merke ich. Ich werd gerade mit einem P90 geschossen. Dead, 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 dead. Na, hier sind noch ein paar mehr. Da ist noch einer. Oh mein Gott. Oni. Unter mir. Du bist auch tot. Sam, holst du mich? Sam holst du mich? Ja. Mythische. Das ist halt geil. Das ist halt geil. Komme. Ach, der ist schon wieder. Das ist ja. Das ist ja. in einer Box. Ich dachte, ihr sollt euch aufteilen und fighten. Und ich in eine Box. So. Wir sind. Wimster geworden. Platin 2. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen die nächste Runde. Bessen. So, neue Runde, neues Glück. So, neue Runde, neues Glück. Und wenn ich sterbe, brauchst du auch mal. Ja. Aber es braucht. Also, ich soll dir deine Waffen jetzt gar nicht reingehen. Wohin nur noch eine Ska oder so und nochmal. Wo sind die Gegner? Lass einfach gleich wieder zur Töte trottieren. Ich glaub, da war es nicht immer. Was ist das denn jetzt? Halloween Update. Ah, da wurden Kinder abgeschlachtet früher oder so. Und um nichts hier auf diesem Kanal zu verpassen, aktiviert die Glocke und lass ein Abo da. Ähm. Ja. Würde mich drüber freuen. Und ja. Während Gott hier, was weiß ich, je... Am Nebenhaus aber. Okay. Oh nein, ich hab hier keinen Platz zum Bauen. Oh nein. Ich hab keinen Movement mehr. Also, Bro, ist gegen meine Wall gelaufen. Also, ich will nicht sagen, aber da sind auch so viele drinnen. Da muss man so einen Bonk-Sound einfügen. Ja, ich hab das aber nicht auf den Tipp. Ja. Ja. Ich hab keine Ahnung wo. Ich seh 7 Millionen Steps hier. Oh mein Gott. Höhe, der... Wie? Flog mal HP. Ich komm von links. Oder auch von hinten. Er haut ab. Ja, hier ist noch einer. Über mir genau. Ist rot. Er ist dead. Wie gehst du schlafen? Hier ist noch einer. Zöger zwei. Bei mir. Ah, mein Hebel ist aber aus. Soll ich sie? Ich wurde schon wieder angerettet. Oh, nee, wie, 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 wie. Ich wurde fast ge-emboddet. Ja, da ist jemand drinnen. Ich kann nichts machen. Ich zieh mich erst mal Sam? Ja? Alles gut? Warte, ich bin gerade mit Ja Ich bin gerade mich konzentrieren Ich habe 6 HP, ne? Warte hier Ich brauche keine Mini, ich habe alles Ich habe genug Eigentlich unnötig gewesen, wenn ich ehrlich Weil jetzt hat er Bandy nichts mehr gebracht Wie viele sind hier? Sechzi... was? Vierziger Er haut nicht ab Wurzuch gepikaxed Wurzuch gepikaxed Hehehehe On me Leuchtet Oh ja, Impulsis, genau die brauche ich jetzt Oder auch dann nicht ... Random Ass kommt, besuche mein Zimmer Wie kann man denn loskins? Als ob da schon wieder fool ist hier vorne ja genau der genau der war der hat mich auch gekippt aber es noch mal andere so ein fischer der hat wirklich 20 hp das sind jetzt bitteschön nice man baut wieder drecks fisch ist fast tot Den holen ich mir stark waffe was ich hab die stark waffe wie geil ist das junge beste offen und jetzt sterbe durch mich selbst ich brauche erstmal hallo bitte nicht doch alles nur rp ich würde mich in game alles gut so was von hallo diesen fischfutter für diese star war doch kacke ich habe nur von wo oder okay mach einfach nicht okay mach einfach nichts warte bis können da ist und dann machen wir machen macht das einfach sam das ist ein metal auch ne ich brauche nur der metal im blick kannst du aufhippen na mein nimm es doch auf oder hin run na der und ab der wurde abgesnaped ab der aktiviert jetzt krieg ich probleme ich krieg probleme ich krieg probleme ich krieg probleme nein ich seh aber alles gut du kannst deine metal aufheben ich hab mir Loot na pamba ahja das mag ich auch ahja hier ist noch mehr metal für dich komm her hr hier ist ein a-drop oh mein gott gib mir das gib mir das gib mir das na das und das gib mir was machen. Rösti Pommes. Ah Neek sind da viele. Ah Neek, aber da oben ist ein Solo glaube ich. Da haben wir doch kein Solo. Oh mein Gott. Zu viele. Alarm, 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 Alarm. Alarm, Alarm. Wenn du jetzt diesen ganzen Haufen Kills, dann... GG am Metz. Oh mein Gott. Wie kommt der in meinen Arsch rein? Er springt in mich rein. Scheiße. Pfff. Ich hab aber nie Rotation Sachen. Ich frag mich nur, wie kann es einem das eigentlich die ganze Zeit überleben? Komm, sag einfach was er machen soll. Keine Ahnung. Ich muss selbst was machen. Ich kann nix, aber ich kann nicht callen. Nein, keine Ahnung. Zehn und geh mit Gruppler weg. Geh mit Gruppler weg. Ihr kann doch meine Methoden machen. Einfach in die Gegner reinlaufen. Ja, okay. Lauf einfach in die Gegner. Nein, einfach meint sich besser als du. Ich würd das nicht machen. Das ist doch dumm. Kill den bitte. Das ist ein wichtiger Kill. Krieg so den Sam. Ich brauch auch wieder eine neue Pick-X. Ich muss hier im V-Bucks geilen gehen gleich. 500 V-Bucks. Wir haben keine Platte später. Wir haben keine Platte später. Pieter. Leute, ich würd sagen, das hat's für diesen Video gewesen sein. Lasst ein Like und ein Abo da. Ciao. 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 Okay.